Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 13. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1080 und heute habe ich dabei Ray-Ban, Todoist, Stadia, Whatsapp, Huawei, iPhone, wahrscheinlich 13 und Zako. Ich beginne gleich mal mit, du wolle so eine Brille kaufen. Ja, Sonnenbrillen von Ray-Ban, die haben einen kleinen, ich würde fast sagen Kultstatus. Die Marke hat es geschafft, einigermassen günstig zu sein und dennoch eben, wie gesagt, einen Kultstatus zu erreichen mit einzelnen Modellen etc. Man sieht sie auf jeden Fall überall, diese Brillen. Das könnte man sich jetzt irgendwie kaputt machen, denn man hat zusammen mit Facebook eine Datenbrille herausgebracht und oder will sie bringen. 299 US-Dollar soll das Teil kosten. In USA, Australien, Kanada, Irland, Italien und Grossbritannien soll es zuerst mal auf den Markt kommen. Was hat die Brille? Ja, Kameras drin. Die sieht man ein bisschen weniger gut als bei dem Google-Teilchen von einem Weilchen. Man kann kurze Bilder machen, hat insgesamt ein paar Stunden Akku da mit drin. 30 Sekunden Videos gehen da drauf. Insgesamt sind es bis zu 30 Videos, die Platz haben und mehr als 500 Fotos, so beschreibt zumindest Facebook. Man kann auch die LED nicht deaktivieren, welche eben anzeigt, dass man ein Foto macht und oder ein Video. Was ja fast Standard sein müsste, wie ich finde. Dennoch, wer will schon Facebook immer so mit dabei haben, dass sie alles sehen? Live-Streaming und solche Geschichten sind nicht möglich. Ich bin, sagen wir es mal verhalten gesagt, skeptisch. Nicht skeptisch bin ich ab dem neuen Todoist-Update. Und zwar erst unter Android, da hat man ein bisschen designmässig was angepasst. Neu bekommt ihr unten einen grossen Menübalken geboten und einen fetten Plus, um schnell an neue To-Do-Punkte zu erfassen zu kommen. Muss einem gefallen oder auch nicht. Was man vielfach in der Community gehört hat, ist, dass eben die Leute, dass es wie immer ein paar Leute gibt, die sich ärgern. Vor allem die, die nicht angekreuzelt haben, dass sie experimentelle Einstellungen mitmachen möchten. Das Ganze ist jetzt für alle gekommen. Somit dürfte es wohl ein finales Design sein, was dann über kurz oder später auch unter iOS auftauchen wird. Stadia, der Spiele-Service von Google, hat diesen Monat zwei zusätzliche kostenlose Top-Spiele, die ihr spielen könnt. Das ist zum einen Maiden NFL 22 und Rainbow Six Siege. Zweiteres werde ich mir auf jeden Fall, wenn ich irgendwo Zeit finde, mal anspielen. Das klingt spannend. Weiter geht es mit einer Ankündigung von einem Test, den ich in den nächsten Wochen respektive zwei, drei Monaten auf dem Pokipsi.ch-Blog machen werde. Ich habe vom Hersteller der SwitchBot-Bots ein kleines Paket oder ein grösseres Paket zugestellt bekommen zum Test. Da ist der SwitchBot-Bot, der SwitchBot-Curtain, der SwitchBot-Meter und noch viele andere mit dabei. Die werde ich mir in den nächsten Wochen und Monaten, wie gesagt, einzeln anschauen und dann euch im Pokipsi.ch-Blog vorstellen. Ich finde die Teile geil, weil man kann aus dummen analogen Geräten smarte Geschichten machen. Wie zum Beispiel mein Vorhang da hinten, der jetzt wie aus Magie geöffnet werden kann. Oder mit Magie. So rum. Auch fast magic klingt das neueste WhatsApp-Update. WhatsApp kündigt nämlich an, die End-zu-End-Verschlüsselung für die Backups endlich zu bringen. Jetzt sind nicht nur die Chats verschlüsselt, sondern auch die Backups. Somit sollte das dann eben sicher sein, dass da andere Leute nicht mehr reinkommen können und im Nachhinein was verändern können. Aber dennoch gilt, wir wissen ja spätestens seit letzter Woche, ich habe es euch mitgeteilt, wissen wir ja, dass WhatsApp auch mit KI reinliest und wenn nötig dann auch mit Menschen. Also eben so dicht ist dieses End-zu-End irgendwie doch nicht ganz. Was mich gefreut hat, ist eine Ankündigung von einem neuen Event und zwar lädt Huawei ein per 21. Oktober. Dann ist ein Event in Wien noch besser, also bis anhin waren die immer in London oder Paris. Jetzt zum ersten Mal in Wien. Was möchte der Hersteller da präsentieren? Wie man auf dem Teaser-Bild sehen kann, muss es ein Smartphone sein? Da wird noch ein bisschen gewährleist, ob es jetzt das P50 sein soll oder eventuell sogar das Mate 50. Obwohl das Mate 50 könnte man wahrscheinlich denken, dass das dieses Jahr nichts mehr wird, weil wir wissen es ja, leider Chip-Krise und Amerika-Bahn, das macht das Ganze schwierig. So hatten sie schon das P50 erst vor kurzem in China released und da relativ verhalten gestartet und jetzt eben noch dann der internationale Start. Und oder es, man könnte meinen, da ist ein Kamera-Bump und oder eben auch nicht. Vielleicht ist es auch das Huawei Nova 9 mittlerweile, welches auch erst gerade vor kurzem für den chinesischen Markt angekündigt wurde. Wir werden sehen, was es dann schlussendlich wird. Ist ja noch ein bisschen hin. Nicht weit hin ist das Next Event von Apple. Das findet nämlich morgen am Dienstag statt. Und da habe ich euch relativ spontan heute Nachmittag noch im Blog ein bisschen was zusammengetippt. Meine fünf Dinge, die ich am vermeintlichen iPhone 13 mir wünschen würde. Und für euch, liebe Hörer, gebe ich doch einen kleinen Einblick. Zum einen ist es die Touch-ID. Die, weshalb und warum, müsst ihr schon nachlesen. USB-C, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich mir das da wirklich drin haben möchte. Was ich aber vor allem haben möchte, mehr Einfluss auf die Daten, welche auf dem iPhone sind. Auch da in den Shownotes einen Link dazu zum Nachlesen. Ein kleineres Pro-iPhone würde ich mir wünschen. Also nicht nur in den grossen Modellen Pro. Und ich würde mir mehr Akku wünschen. Vor allem mehr langlebigen Akku. Ich habe nach wie vor das iPhone 8 Plus. Also ein Gerät aus dem Jahre 2017. Und das läuft eigentlich noch, wenn da nicht der Lautsprecher und das Display und so ein paar Dinge kaputt wären. Oder angeknickst wären. Und würde eigentlich gerne auch noch länger bleiben. Aber irgendwann muss auch ich dann wechseln. Und eben, da würde ich mir wünschen, dass der Akku auch über die ganzen Jahre hält. Man bekommt ja da schliesslich so viele Jahre Updates. Dann sollte man auch über viele Jahre mit dem Akku gut klarkommen. Und oder den einfacher tauschen können. Und zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Videotipp. Auf dem PokéPSI Network YouTube Channel habe ich euch ein Video zum ZAKO W450 Wischroboter online gestellt. Das ist unser neues kleines Helferlein zu Hause. Und da habe ich schon ein bisschen angeteasert, wie das Ganze ist im Unboxing. Und ein kurzes Fazit im Anschluss. In diesem Sinne, euch einen guten Start in die neue Woche. Geniesst wie ich gestern noch den Pool. Und oder, ja, arbeitet wieder fleissig. Bis bald. Euer PokéPSI. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.